Servus und endlich das erste Video im Jahr 2013 und ja, ich zocke natürlich gleich mal über Runde Black Ops 2, das habe ich hier auf YouTube noch gar nicht vorgestellt und ja, ich habe meine ganz neue Taktik rausgefunden, Freunde, die funktioniert eigentlich immer, das ist eigentlich relativ leicht, ihr müsst einfach rauslaufen, euch drehen im Kreis und einfach schießen, da trifft man immer irgendjemand, das mache ich jetzt zurzeit immer so, ich laufe einfach raus und schieße überall hin, hier, den habe ich ganz klar getroffen, man sieht es nämlich richtig, aber wenn man genau hinguckt, habe ich den locker getroffen, das war Glück, dass überhaupt noch gelebt hat und das ist ein sicheres Ding, normal trifft man da jeden, hier guck, da und einfach drauf und zack, weg damit, weg mit den Wichsern, Niederlage, was soll's, was sollte scheiß, den haben wir ganz nochmal richtig weggefistet, jetzt, das ist natürlich der Server schon wieder zu Ende, aber ich war zwei Sekunden drauf und war natürlich gleich hier von The Kills her der Beste, ich habe alle angefragt, die sind alle vom Weckrand, das ist doch logisch, ein super Ding hier, jetzt schnell auf den nächsten Server, hier probiere ich das Ganze jetzt mal mit dem Sniper, das ist eigentlich ein ganz dickes Ei, das klappt immer, äh, Sco, also zoomen kann jeder, wir machen No-Scope, das ist natürlich ganz klar, äh, er trifft man immer bei No-Scope, also ich, zumindest trifft er immer, das ist ein sicheres Ding, guck da, habe ich jetzt gesoomt, nichts getroffen, jetzt zeige ich euch gleich mal, wie es aussieht, wenn ich nicht zoome, dann treffe ich den nämlich, die Wichser, oh, das war einer von mir, ja gut, dass der noch lebt, sonst hätte ich wieder ganz weggekriegt, jetzt schaut mal her, Freunde, jetzt zoome ich mal gar nicht, jetzt mache ich mal mein Ding, jetzt mache ich mal hier, der Dreher, jetzt schaut her, werde ich es allen jetzt zeige, die Rennerschufe von mir weg, und, 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 oh, wie ich ihn weckaut habe, hätte ich noch einmal geschossen, wäre er tot gewesen, habe einmal zu wenig geschossen, aber wenn ich nur mal drückt hätte, wäre er sofort tot, das war ein klares Ding, Leute, also ganz klar, das, und jetzt schnell im Kreis drehen, ihr wisst ja, wie das geht, drehen und dabei drücken, wow, 360, und weg, den habe ich noch verwischt, seht ihr, Freunde, sicheres Ding, das klappt immer, hier war gerade der Beweis, einfach drauf und weg damit, ja, das ist, ja, 90 Grad, da drehst du dich einfach 180 und zack ist er weg, 180 Grad, das ist das Beste, wer es machen kann, Speziote, da drehst du eigentlich immer, das ist, das ist ein sicheres Ding, Freunde, also, schaut her, machen wir es gleich nochmal, also, wie gesagt, das sollen nur Tipps für euch sein, dass ihr das auch mal so machen könnt, wie ich, ihr seht ja, ich gehe voll ab, Alter, ich habe hier Best Stats, Alter, der hat mich durch Zufall gekriegt, normal rennen die immer auf dem Server alle vor mir weg, ja, die wissen, ich kill sie, die wissen, ich bin der Beste, gar kein Ding, jetzt hier, schauen wir nochmal danach, ja, das war jetzt halt wieder wegen, nicht zu prickeln gelaufen, der war halt wieder schneller wie ich, aber wenn ich abdrücke, der dort geht, das war halt wieder Glück für den, manche Leute haben halt beim Spiele immer mit Glück, das sind, so wie, so wie Bayern München, die haben immer Glück, ja, das war gerade wieder das beste Beispiel hier, ja, bin ich halt wo reingerannt, hat nix zum Ende, der mit so einer Tigerwaffe da, scheißvoll Spaß, kann gar nix, jetzt gucken wir uns das hier nochmal ganz genau an, ah, weiß nix, laufen die immer alle vorne weg, oder was ist denn da los, ich will noch einmal 180 Grad, 360 Power zeigen, Alter, das ist meine Erfindung, hey, das ist Cloud Ice, hey, das geht so richtig ab, jetzt kommt gleich einer, hier werde ich auch noch richtig schnappe hier, muss ich aber schnell wegrennen, oh, jetzt war der, oh, jetzt war der doch ein wenig schneller wie ich, das gibt's doch gar nicht, jetzt sei ein vollidiot, jetzt gehen wir da mal auf, schauen wir uns hier mal ein wenig um, da finden wir bestimmt irgendwas tolles, jetzt werde ich von hier oben mal einen runter sniben, soll ich euch mal zeigen, wie das richtig geht, das kommt bestimmt gleich einer von der Unten, ja, ja, gleich kommt einer, aber vielleicht doch eher von hinten, das kann ja nicht auf sein, ja, da kommt gleich einer, das weiß ich einfach, am besten mache ich jetzt schon mal meine Drehungen, und raus, jetzt dreh ich mich, und den krieg ich, den krieg ich, ja, gut, weil man jetzt klappt, also man kann nicht immer alles kriege im Leben, weil am nächsten Mal klappt das dann wieder oder nicht, ganz klar ist es hier, hier, ey, wer schießt denn das, da dreckig auf mich, wenn dann zeige ich, wo es lang geht, ja, guck da, weg damit, das war mein Geld, du Abstauber, ja, sag gar nicht, erst mal Flaschen werfen hier, mei, 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 jetzt zeigen wir, jetzt machen wir hier nochmal schön, dass jeder sieht, dass wir es drauf haben, jetzt werden wir hier nochmal schön als Beweis, so geseh, so geseh, oh, ja, hat nicht ganz klappt, beim nächsten Mal wieder, oh, ey, die wissen, die wissen, dass wir jetzt bestes sind, und, ich geb hier wirklich mein Bestes, also, Freunde, so gut wie ich spiel, kann man, sehen wir gleich, hier nochmal, ich gleich wieder an die Komme, jetzt stürmen wir mal das Haus, länder, das Server, der leckt da dreckig, das gibt's ja gar nicht, äh, kommt da jetzt auch noch nicht, als ob wir sie mal 180 Grad Drehung machen, ach, sieht man so, wenn ich einmal nicht meine Drehung, dann klappt's nicht, jetzt sind wir nochmal mit dem Snyder hier, wo sind sie denn, wo sind sie, alle weg, Yes, wann da wieder los, ey, der hat doch irgendeinen Cheat, das geht doch gar nicht, ich hab ihn nicht drauf, der hat irgendeinen Cheat angehört, ganz klare Sache, das war ein Cheater, den hol ich mir, der ist da reingefitzt, der muss irgendwo rauskommen, willst du deinen Sold, dann beweg dich, und jetzt los, jetzt kommen gleich die ganze Armee, oder wie, den haben wir, den haben wir, ganz ruhig, Freunde, der lebt nicht mehr, glaube ich, Was ist los doch? Oh mein, hier geht's richtig zur Sache, jetzt schnell weg da, Granate, ah, wer schaut denn da zum Fenster rein, hast du überhaupt einen Dritt bezahlt, raus mit dir, oh mein Gott, ich ahne nichts Gutes, also gleich werde ich wieder sehen, dass es hier jetzt wieder böse enden wird, am besten, ich dreh mich jetzt schon mal, die Waffe, die Quelltmauer irgendwie gar, oh da ist er da, da ist er da, da kriege ich, da kriege ich, oder vielleicht war es jetzt auch ein wenig, ungünstige Zeit, ein ungünstiges Timing, also ich bin mir sicher, dass ich den normalerweise, jetzt wenn man die ganzen Umstände weglässe, dass ich den locker gekriegt hätte, weil das ist eigentlich gar kein Problem, also, das können wir von hier oben nochmal ein wenig Übersicht haben, einfach mal ein wenig rumschießen, das klappt immer, einfach wenn man einfach nur schießt, das kript immer irgendjemand, hier sieht man es, das bestes Beispiel, einfach schießen, das klappt immer, 100 pro klappt immer, einfach draufdrücken, man muss gar nicht zielen bei dem Spiel, einfach nur drücken, der Schuss wandelt sich automatisch in den anderen Körper rein, das ist ganz klar, das wollen wir uns hier auch nochmal sehen, oh, 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 die Granate, die hat es nicht geschafft, die hat es nicht geschafft, oh, oh, die hat es echt nicht geschafft, hey, ja, macht ja nichts, werden wir dann ein andermal nochmal genauer besprechen, Freunde, naja, wie gesagt, jetzt habt ihr mal gesehen, wie ein richtiger Pro spielt, und probiert es einfach selber mal aus, ein wenig rumdrehen und alles, und ich hoffe, ihr nehmt es jetzt nicht so ernst, es ist wirklich nicht leicht, so schlecht zu spielen, also, es ist fast schwerer, wie gut zu spielen, so schlecht zu spielen, also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein, haltet die Ohren steif,